Herzlich Willkommen bei Elektro Bonet, dem Fachbetrieb für die Reparatur, Konfiguration und Wartung Ihrer Elektroinstallationen und Geräte. Ob smarte Elektronik im vernetzten Haus, energiesparende Lösungen, Strom im Freien oder Technik für barrierefreies Wohnen. Wir modernisieren intelligent. Dafür setzen wir neueste Elektrotechnik nach aktuellen Normen ein, reparieren bestehende Komponenten oder konfigurieren Ihnen komplexe Vernetzungen. Von der Beratung über die Planung bis hin zur Umsetzung. Wir sind Ihr verlässliche Elektropartner und stehen Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Dank unserer Erfahrung, gepaart mit stets aktuellem Know-how, stehen wir für innovative und hochwertige Arbeit und das bereits seit über 50 Jahren. Sie wollen mehr als nur Strom aus der Steckdose? Sie wollen ihn nutzen, passen zu Ihren Bedürfnissen? Dann rufen Sie jetzt an. Wir freuen uns auf Sie!